Sie können Ihren Fensterspannrahmen sowohl von außen als auch von innen entfernen. Hierfür muss das Fenster vorab geöffnet werden. Platzieren Sie Ihre Hände rechts und links am Rahmen und heben Sie das Fliegengitter so weit an, dass Sie den unteren Teil zu sich heranziehen können. Senken Sie ihn ab und Ihr Insektenschutz ist entfernt. Um das Fliegengitter von innen zu entfernen, lokalisieren Sie die Griffe. Greifen Sie diese mit Daumen und Zeigefinger und heben Sie den Rahmen so weit an, dass Sie den unteren Teil problemlos von sich wegdrücken können. Umgreifen Sie den Rahmen sicher und senken Sie ihn ab. Nun kippen Sie den oberen Teil von sich weg, drehen den Rahmen und ziehen ihn zu sich herein. Nun können Sie Ihr Fliegengitter reinigen oder einlagern. Fliegengitter Untertitelung des ZDF, 2020